Hallo zusammen, mein Name ist Flavia Ferri, ich bin Klarinetistin und Dozentin für Klarinette. Im Oktober werde ich bei der Zukunftgang Akademie in Stuttgart unterrichten. Wir werden uns mit der Klarinetteliteratur und mit den wichtigen Aspekten des Klarinettenspielen beschäftigen. Darauf freue ich mich schon, ich freue mich auf euch, auf unser Kennenlernen und ihr seid alle herzlich eingeladen. Bis dahin, tschüss! Vielen Dank!